Hallo zusammen! In diesem Video mag ich euch die Quest aus ihren kalten wilden Klauen zeigen anzunehmen bei Lespin Silverblatt in Suramar an folgender Position und hier sieht man die Koordinaten. Geht nur wenn ihr den Buff Masquerade habt ohne den hat er keine Quest für euch. Nehmt die Quest gleich mal an und darf mich hier hinbegeben und darf hier diese Harpien töten Wie man sieht droppt nicht jede Halskette Und da ist eine Brauche ich nur noch 7 Die Dropschwanz ist nicht sonderlich Gut 2 von 8 So Die Hälfte habe ich schon Also ich hatte es noch nicht das 2 hinter Einander eine Halskette troppen Mal schauen ob das so bleibt Ah doch Super Ich bin jetzt bei 6 von 8 Und dann habe ich schon noch Ich bin jetzt bei 6 von 8 Und dann gehen wir erst mal auf den und damit habe ich die letzte heizkette bekommen nun darf ich abgeben gehen wie immer die maskavate benutzen sonst kann man die quest nicht abgeben wird es dann nochmal zeigen wenn ich vor ihm bin also vor dem abgabe npc hier ist er wenn ich die maskavate wegklicke kann ich die quest nicht abgeben so quest ist abzugeben bei lesbien silverblood in server map an folgender position ich habe auch die koordinaten hoffe ich konnte euch helfen ciao